Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Let's Play Life is Strange Episode 5. Wir sitzen in der Dunkelkamer-Fest, nachdem wir so ordentlich ein paar abgefuckte Zehen gesehen haben. Hat mir richtig gut gefallen. Und wir setzen das Ganze jetzt erstmal fort. Okay. Wie sie mich extra angeguckt. Nur weil ich beide geküsst habe? Dann knuschen sie jetzt rum. Hm. So. Was zum Hacker? Das ist echt verkehrt. Also... Bei allen anderen okay, aber... Oh man. Hört das denn nie auf. Wo sind wir jetzt? Was? Tastenfeld? Ähm. Haben wir noch was anderes in dir? Okay. Okay. Wir nutzen. Ähm. Wie war das nochmal? Zwei, vier... Oh man. Ich erinnere mich daran gar nicht mehr. Und die Zahlen sind irgendwie quasi auch ersetzt oder so. Ich weiß nicht. Ich glaub die Zahlen waren's schon so in etwa, aber... Ich hab keine Ahnung welche Reihenfolge. Oh. Super! Viele Zahlen sind auch vom, ähm... Na. Von unserer Recherche oder von unserer Sherlock Holmes Tafel. Aber, ja... Ich guck mal ob ich zufällig... Ich bin mir sicher, dass... Zwei, vier und fünf... Eins, zwei, fünf, vier da hinten in der Ecke. Ich glaub das... Irgendwie hat sich schon wieder verändert. Hm. Auch nicht. Der Boden ist nicht voll mit Nummern. Ähm. Da! Äh... 0 3 1... 1 1? Ja! Okay. Ich bliebe dir nicht! Mach. Leid, leid. Okay. Mach dir richtig raus! Und dann draußen stehen noch viel mehr Menschen! Killing me is so cool. Was my husband a new baby? Don't let the squirrels die. You've been a great every day. You've never had my back. We didn't have our tea session. I'm still a teenager. Who... Who are you? Holy shit, are you cereal? I'm you, dumbass. Or I'm one of many Max's you've left behind. Can you get me out of here? Oh, so you want help? Hm. Thought you could control everybody and everything, huh? Twist time around your fingers. Yeah, I've just tried to help and... Yeah... Yeah... I've already seen the storm come, and I've got my abilities. Maybe I'm not even sure about it. I tried to help. I only wanted to do the right thing. No, you only wanted to be popular. And once you got these amazing powers... Your big plan was to trick people into thinking you'd give a rat's ass. Mir liegt wirklich etwas an you. I do care. That's why I was trying to make friends. By telling people what they want to hear? You were just looking for a shortcut, because you can't make friends on your own. That's not true. I have great friends. And I've used my powers for good. Please, stop playing innocent. You're a goddamn hypocrite. You've left a trail of death and suffering behind you. That was not my fault, you son of a bitch. Don't you dare talk about our mom that way. Huh. What about the crap that was your fault? Wait, wait, let me guess. You fucked up time and space for your precious punk Chloe. You think she's worth all that? Yeah, that's it. We all are. This isn't about Chloe. Or even me anymore. Gosh. You're so selfless now, Mahatma Max. It's too bad you pissed your power away on high school drama. Chloe does a better job of guilt tripping me than you do. Because you let her bully you. It's called Stockholm Syndrome. But you didn't do that homework. So you'll have to learn the hard way. Like Rachel. Just shut up. You're not scaring me anymore. I'd be more worried about Chloe killing us than Jefferson. Max, do you really think she's our friend? That she respects us in any way? Man, you are so stupid. I'm embarrassed to have the same name. And someday Chloe will destroy... Oh hell, speak of the devil. Dude, do not even fuck with her head. She knows what we went through together this week. And you don't. There's no way you can break up our team. This is reality. After five years, you're still Max Caulfield. Okay, we're on our way to the lightbulb. And in that scene, it was like that our camera... That it went out and then... Like from... ...the lightbulb. Exactly. That was about her father. ...the lightbulb. That's... That's... ...the lightbulb. That's... ...the lightbulb. That's... I really know everything. ...the lightbulb. That's... ...the lightbulb. That's all here where we made photos. ... ... ... ... ... How many times have I saved the life? Oh, das ist verrückt Da ist er ein Kost Ich sehe gerade den Weg nicht mehr. Ich bin so blind Ich hätte gerne mal lichten möchtet Ich sehe echt nichts mehr. Hier vorne ist eigentlich nichts Oh nein doch da hinten Das hätte ich sehen müssen Was sehen wir das? Hier waren wir auch schon Hä? So hier lang Äh äh Was ist denn hier? Ja Oh Gott können wir näher ran dir? Das sieht auch immer nur so nach blau aus Jetzt kommt der Wald Wir sehen wie Chloe uns nach oben trägt Was? Was? Kann ich ihren Platz für... Oder meinen? Der Leuchtturm ist schon kaputt Das heißt, uns wird uns wirklich keine Gefahr drohen Das heißt, uns wird uns wirklich keine Gefahr drohen Das heißt, uns wird uns wirklich keine Gefahr drohen Der wird ganz Arcadia Bay mit sich reißen Wir konnten es nicht verhindern Wir konnten es nicht verhindern Das war nur... Das war nur die Kräfte und die Verkauf Es war nur die Kräfte und die Kräfte Das war nur das Du hast eine Kraft Du hast eine Kraft Du hast es nicht gefragt Und du hast mich Das muss passieren Alles das tun Außer was passiert bei Rachel Aber mit deinem Kraft Wir hätten nicht sie gefunden Du hast sie gefunden Okay, so du bist nicht der Die Time Master Aber du bist Maxine Caulfield Und du bist fantastisch Max... Das ist der einzige Weg Ich habe es kommen Dich wollen Du kannst das Du kannst die Bilder aufwenden Du kannst alles zurückgeblende nachdem du die Bilder Alles, was dauert wird für mich zu... ... zu... 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 Du bist, jetzt meine Nummer. Das ist mein Punkt Das ist mir Zeug. Sie weiß Sie Du hast das wiederum und wiederum gegeben, obwohl ich es nicht verdammt habe. Ich bin so seltsam, nicht wie meine Mutter. Schau mal, was sie hatte zu geben und überleben. Und sie hat es gemacht. Sie verdammt viel mehr als zu sterben in einem verdammten Diner. Auch mein ... mein Vater verdammt ihr Leben. Es gibt so viele mehr Menschen in Arcadia Bay, die leben müssen. ... sprach der ... ... ... ... ... Ich habe das Gefühl, dass ich mich nicht mehr so verletzen bin. Ich habe mich nicht mehr so verletzt, dass ich dich nicht mehr so verletzt habe. Ich schreie und schreie, so wie ich nicht in Jahren gemacht habe. Woher ich nach dem Ende, in welcher Realität, alle die Momenten zwischen uns waren reale. Und sie werden immer unsere. Kein egal, was du wählst, ich weiß, dass du die richtige Entscheidung wirst. Chloe... Ich kann das nicht machen. Nein, Max. Du bist der einzige, der kann. Oh Gott, ey. Gibt es jetzt doppeltes Ending und so? Also, ach Gott, wo soll ich nur anfangen? Ach man, die haben mich auch fast gekriegt hier. Ja, wir können uns dafür entscheiden, Chloe zu opfern oder Acadia Bay. Mit allen Leuten. Wir haben Chloe schon so oft sterben sehen, haben es immer wieder hinausgezögert, wie sie es schon selbst meinte. Und das einzige richtige wäre eigentlich, sie zu opfern. Aber ich glaube, ich möchte einfach mal das Ende sehen, was passiert, wenn wir sie nicht opfern. Was weiterhin geschehen wird. Deswegen werde ich mir das jetzt weiter ansehen, was passiert, wenn ich Acadia Bay opfern werde. Was vermute ich nicht das wahre Ende sein wird. Was vermute ich nicht das wahre Ende sein wird. Nein. Will ich hier sein? Arbeitszeit. Ja, ich bin hier. Besuch! Hey. Besuch! elders. Bist du dich nicht wahr? What ist das? Bist du dich nicht wahr? Dann ist es nicht wahr? Besuch immer wieder. Le fatto. Die ganze Stadt. So viele Leute. Ja. 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 Selbst die Wale hat es mal auf ein Haus geschmissen, oh ja, das ist echt heftig. Krähe, ernsthaft, für ihren Toten oder was soll das werden? Musik 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 Okay, interessant. Wir haben uns generell immer der Mehrheit angeschlossen. Wir haben Alyssa nicht gerettet. Was? Wir haben sie doch immer gerettet. Oh nein, war das vielleicht die Obdachlose? Tut mir echt leid. Aber ansonsten, wie gesagt, irgendwie waren wir bei der Mehrheit. Selbst die Meister haben sich sogar entschieden, Worven zu küssen. Und ja, danke, dass du Life is Strange gespielt hast. Danke, dass ihr es erstmal gesehen habt, aber wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir uns das andere Ende angucken.